munzeln bringen. Lehne dich zurück und genieße die nächsten Minuten voller Spaß und flacher Pointen, die besten Witze von 1 bis 100 nur für dich. Die Flachwitze von 1 bis 100. 1. Was machte der Pirat beim Tennis? Er störte Becker. 2. Wie nennt man einen Einarmigen mit einem Kartenspiel? Mission Impossible. 3. Was ist grün, sauer und versteckt sich vor der Polizei? Ein Essigschurke. 4. Was braucht ein Löwe mit Sehschwäche? Eine Brülle. 5. Was lebt der Legende nach im Himalaya und formt Tiere? Der Kneti. 6. Was ist schwarz-gelb, fliegt und hat einen IQ von 2? Eine Dumme. 7. Warum kommt der Fakir nicht aus seinem Auto? Wegen der Indersicherung. 8. Was ist grün, hat viele Zähne und macht die Toilette sauber? Ein Glockodil. 9. Wie nennt man den Flur in einem Iglu? Eisdiele. 10. Was ist das Gegenteil von Magnet? Mag schon. 11. Was ist braun, zäh und fliegt umher? Eine Ledermaus? 12. Was ist außenbraun, innen grün und hat einen Plattenvertrag? Kiwi-Wonder. 13. Wie verschicken die Menschen in Bombay ihre E-Mails? Über das Internet. 14. Was steht auf Schildern in indischen Kneipen? Toiletten am Ende des Ganges. 15. Wie heißt die Frau des Majors? 16. Was ist groß, rot, lebt im Wald und gefährlich? Ein Himbeer. 17. Was steht unter Strom und bedient andere Leute? Eine Buttlerie. 18. Wie vermehren sich Autos? Durch Fortpflanzung. 19. Was ist rot und steht am Straßenrand? Eine Hagennutte. 20. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Eine Knastanie. 21. Was ist harig und kommt in die Pfanne? Badkartoffeln. 22. Was ist laut und hält vom Frieren ab? Eine Lärmflasche. 23. Was schwimmt im Meer und kann adieren? Ein Oktoplus. 24. Woran erkennt man, dass man einen Anruf aus Tibet bekommt? Im Display steht unterdrückt. 25. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. 26. Sagt ein Stein zum Brett. Ich bin ein Stein. Sagt das Brett. Wenn du ein Stein bist, bin ich Brett Pitt. 27. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. 28. Was ist rot mit schwarzen Streifen? Eine Tomate mit Hosenträgern. 29. Wie nennt man jemanden, der sich in der Drogerie ganz genau der Pomade widmet? Einen Hargelschauer. 30. Was ist hyperaktiv und gesund? Eine Hampelmuse. 31. Was ist rot und liegt in der Wüste? Eine Trockenperiode. 32. Warum haben Fische Schuppen? Damit sie bei Regen ihr Fahrrad unterstellen können. 33. Was kommt nach Elch? 12. 34. Was ist braun, knusprig und bei der Bundeswehr? Luftwaffeln. 35. Wie nennt man ein Bier zum Mitnehmen? Ein Fußpilz. 36. Was sitzt im Baum, hat Kopfschmerzen und kann nachts gut sehen? Eine Beule. 37. Woran erkennt man, dass man einen Tinnitus im Auge hat? Man sieht nur noch Pfeifen. 38. Warum kommen Biertrinker überall rein? Weil sie auf der Gersteliste stehen. 39. Was macht die Polizei in Fällen, in denen tausende von Energiesparlampen geklaut wurden? Sie tappt im Dunkeln. 40. Was ist schwarz-weiß und springt von Eisberg zu Eisberg? Ein Springwin. 41. Wie hieß der erste Taxifahrer? Schlimmes. Denn schon in der Bibel steht, Schlimmes wird euch widerfahren. 42. Welche Ente ist gut in Mathematik? Die Tangente. 43. Was macht das Nilpferd mittags? Ein Dickerchen. 44. Wie heißt eine böswillige Süßspeise? Schokolade. 45. Was ist schwarz, blind und buddelt nicht? Ein Faulwurf. 46. Welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser. 47. Was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Ein Buddha-Brot. 48. Wie nennt man eine iPhone-Hülle? Apfeltasche. 49. Worauf freut sich ein Kannibale, der eine Urne findet? Auf die fünf Minuten Terrine. 50. Was sagt man über einen toten Spanner? Er ist weg vorm Fenster. 51. Was ist schwarz-weiß gestreift und kommt nicht vom Fleck? Ein Klebra. 52. Womit macht man ein Reissack zu? Mit einem Reißverschluss. 53. Was antwortet die Kerze, wenn du sie fragst, ob Wasser gefährlich ist? Kannst davon ausgehen? 54. Welches Tier hat nur einen Buchstaben? Die Q. 55. Wie heißt ein Urlaubsort, der oft verflucht wird? Torette del Mar. 56. Wie nennt man einen Bären, der schreiend auf einer Kugel sitzt? Kugelschrei-Bär? 57. Wie heißt der Zwilling von Elvis? Zwölvis? 58. Was ist grün, eckig und tut weh, wenn man ihn ins Gesicht kriegt? Ein Billardtisch? 59. Wie nennt man Wasser auf Russisch? Wodka Zero. 60. Warum darf das Neutron nicht in die Disco? Es dürfen nur geladene Gäste rein. Hier ist die Fortsetzung bis zum Ende. 61. Was sagt der Teig zu seiner Überraschungsparty? Ich bin ganz gerührt. 62. Was liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? Eine Nuschel. 63. Kann man mit einem Tampon schreiben? In der Regel schon. 64. Was ist niedlich, hüpft über die Wiese und qualmt? Ein Kaminchen. 65. Wie nennen Japaner einen Oberschenkelhalsbruch? Knicki-Knacki-Nabaisaki. 66. Wie heißt der chinesische Minister für Sport? Doping. 67. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. 68. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. 69. Was macht ein Klauen im Büro? Faxen. 70. Wie nennt man eine polnische Straßenbahnfahrerin? Trampolin. 71. Was macht Legolas mit einem Handy? Ein Elfi. 72. Was antwortet der Angler, als er gefragt wird? Beißen sie? Nee, sie können mich ruhig streicheln. 73. Welcher Vogel ist am dicksten? Die Korpulente. 74. Was kommt vom Feld, ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. 75. Was bekommt ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. 76. Zwei Jäger machen ein Wettrennen im Wald. Was ruft der Gewinner? Förster. 77. Was hat eine rote Mütze und läuft schießend durch den Wald? Schrotkäppchen. 78. Was fragt ein Pferd im Blumenladen? Haben sie mal geritten? 79. Was ist grün, gesund und fliegt durch den Weltraum? Ein Salatlied. 80. Wieso können Skelette so schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind. 81. Was ist ein sportlicher Techniker im Atomreaktor? Kerngesund. 82. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. 83. Ein Rudelgurken hüpft durch den Wald. Wo ist der Fehler? Gurken sind keine Rudeltiere. 84. Was ist das Gegenteil vom Katalog? Katta sagte die Wahrheit? 85. Was hat ein Engel, wenn er in einen Misthaufen fällt? Kotflügel. 86. Was ist rechtlich geschützt und schwimmt auf dem See? Die Patente. 87. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwinguin. 88. Was hat ein rotes Stirnband und kämpft im Salat? Rambodiskin. 89. 80. Was ist ein Astronaut am liebsten? Mars. 90. Was sagt der Vampir, als er von der Polizei angehalten wird und man ihn fragt, ob er getrunken habe? Nur zwei Radler. 91. Was nagt an Bäumen und zuckt? Spastin Biber. 92. Was ist bunt, süß und läuft immer weg? Ein Fluchtzwerg. 93. Was ist orange-rot und riskiert alles? Eine Mutorange. 94. Was ist rot, sitzt in einer Konservendose und spielt Musik? Ein Radioli. 95. Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. 96. Wer macht den Fischen das Leben schwer? Die Seemobben. 97. Was ist ein Mörder im Krankenhaus? Ein Sanitäter. 98. Wie nennt man eine Tastatur aus Stein? Flastatur. 99. Was macht ein Steak unter dem Sofa? Sich versteaken? 100. Was bestellt eine Uhr im Restaurant? Tick-Tack. Outro. Das waren die 100 besten Flachwitze auf Humordelivery. Wir hoffen, dass du genauso viel gelacht hast, wie wir beim Zusammenstellen dieser Liste. Abonniere unseren Kanal, damit du nie wieder einen Lacher verpasst und teile die Witze mit deinen Freunden, um auch ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Bis zum nächsten Mal und bleib humorvoll.